Sechsunsiebzig Etwas begründen, zwei Warum bist du nicht gekommen? Warum bist du nicht gekommen? Ich war krank. I didn't come because I was ill. Ich bin nicht gekommen, weil ich krank war. Why didn't she come? Warum ist sie nicht gekommen? Warum ist sie nicht gekommen? She was tired. Sie war müde. She didn't come because she was tired. Sie ist nicht gekommen, weil sie müde war. Why didn't he come? Warum ist er nicht gekommen? Warum ist er nicht gekommen? He wasn't interested. Er hatte keine Lust. He didn't come because he wasn't interested. Er ist nicht gekommen, weil er keine Lust hatte. Why didn't you come? Warum seid ihr nicht gekommen? Warum seid ihr nicht gekommen? Our car is damaged. Unser Auto ist kaputt. Unser Auto ist kaputt. Unser Auto ist kaputt. We didn't come because our car is damaged. We sind nicht gekommen, weil unser Auto kaputt ist. Why didn't the people come? Warum sind die Leute nicht gekommen? Warum sind die Leute nicht gekommen? They missed the train. Sie haben den Zug verpasst. Sie haben den Zug verpasst. They didn't come because they missed the train. Sie sind nicht gekommen, weil sie den Zug verpasst haben. Why didn't you come? Warum bist du nicht gekommen? Warum bist du nicht gekommen? I was not allowed to. Ich durfte nicht. I didn't come because I was not allowed to. Ich bin nicht gekommen, weil ich nicht durfte. Ich bin nicht gekommen, weil ich nicht durfte. Ich bin nicht gel Panharder. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr.